Musik 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 Samacott ist eine Handelsfirma, die alternativ antriebene Fahrzeuge und importiert. Musik 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 Die Velo machen keinen Lärm und die Energie, die sie brauchen, ist sehr gering und vor allem, sie ist sauber. Musik 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 Zusammenfack mit Kinderfahrzeugen, die wirklich allen kleinen Kindern ab drei Jahren wunderbar gefallen. Musik 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 Wir möchten hier ein Kompetenzzentrum werden für Fahrzeuge mit alternativen Energien. Musik 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 Vielen Dank.